Machst du auch diesen kleinen Aber-Oho-LinkedIn-Fehler? Sieht man hier in meinem Notification-Feed, in meinen Mitteilungen in LinkedIn, dass jemand reagiert hat auf diesen Beitrag, in dem ich erwähnt wurde, und kein Profilbild. Das hat einen Grund, und zwar hat die Person die Sichtbarkeitseinstellungen ihres Profilbilds so eingestellt, dass sie nur für angenommene Kontakte, also nur für ihre Kontakte ersten Grades, sichtbar sind. Das kann natürlich sinnvoll sein, wenn man LinkedIn wirklich nur für die bisherigen Kontakte nutzen will und gar nicht drüber hinaus eine Stimme haben will, sichtbar sein will. Wenn du aber, und das sehe ich wirklich auch von Leuten, die offenbar LinkedIn nutzen wollen für Reichweite und trotzdem als Eierkopf daherkommen, wenn du das so nutzen willst, ist es ein Fehler, deine Einstellungen deines Profilbildes so zu haben, dass man dich nicht sieht. Wenn du sichtbar sein willst, dann sei sichtbar, also stell die Sichtbarkeit nicht ab. Wie du das tust, du gehst auf, oder wie du auch checken kannst, ob du das aus Versehen so eingestellt hast, auf dein Profil, klickst auf, wenn es geladen ist, auf dein Profilbild und hier überprüfe, dass hier alle steht bei der Sichtbarkeit. Du kannst es auch nur für LinkedIn-Mitglieder und so weiter einstellen, aber je nach deinem Einsatzgebiet von LinkedIn unterscheidet sich das und es ist okay, dass diese Leute das nur für Kontakte so einstellen, absolut okay. Aber wenn du Reichweite willst, wenn du Sichtbarkeit auf LinkedIn willst, wenn du Leads und Kunden gewinnen willst auf LinkedIn, dann ist es ein Fehler, wenn hier nur direkte Kontakte oder ihr Netzwerk oder so ausgewählt ist.